Hi, ich bin Finn, bin 18 Jahre alt und mache meine Ausbildung zum Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik bei Elektroschwankhaus. Ich habe mich für die Ausbildung entschieden, weil es mir sehr viel Spaß macht. Es ist jetzt nicht die größte Firma, aber das ist genau der Vorteil. Man kann sich hier mit allen unterhalten, nette Kollegen, sehr familiär hier. In der Ausbildung habe ich sehr viel Spaß, dadurch, dass es sehr vielfältig ist. Man baut von der Waschmaschine von Oma, die man repariert, kommt man bis zur Installation der Steckkluze für den Vater, ist alles dabei. Und wenn auch bei dir der Funke überspringt, sehen wir uns hier bei Hallo Zukunft.